Hallo zusammen, ich habe im letzten Video erwähnt, dass Call of Cthulhu zwar ein Horror-Rollenspiel ist, um genau zu sein, ist es kosmischer Horror. Das heißt, das komplette Prinzip des Settings ist, dass das menschliche Leben mehr oder weniger sinnlos ist, weil es kein Gott, kein irgendwas gibt. Es gibt nur diese unendlich uralten und unheimlich mächtigen Wesen, die irgendwann höchstwahrscheinlich versehentlich alle Menschen zerstören werden, weil wir so unwichtig sind, dass sie uns nicht einmal bemerken würden. Allerdings habe ich auch erwähnt, dass die meisten Charaktere, von denen ich in Call of Cthulhu gehört habe, so etwas sind wie Bonzi, der traurige Clown. Kurzum, die Interpretationen der Spieler passen häufig nicht zu dem, was das Setting vorgesehen hat. Und das gilt auch für andere Autoren. Basierend auf den Werken von Lovecraft gibt es Werke, die im Grunde Lovecraft sind, aber deutlich weniger rassistisch. Aber es gibt unter anderem auch Kindergeschichten, Abenteuergeschichten und Pornos. Und natürlich gibt es da auch etwas wie Cthulhu-Tag und, um zum Thema des Videos zu kommen, Cthulhu-Punk. In dem diese Elemente des kosmischen Horrors vollkommen auf den Kopf gedreht werden und nicht dazu genutzt werden, um zu zeigen, wie machtlos und unwichtig Menschen sind. Sondern sie werden benutzt, um Menschen zu verstärken und sie in einigen Fällen zu Super-Special-Snowflake-Anime-Charakteren zu machen. Es fühlt sich so an, als hätte man einen Teil des Settings absichtlich falsch verstanden, damit man coolen Shit mit der Ästhetik machen kann. Man hat zwar immer noch diese Ästhetik von unbegreiflichen Horroren, die aus irgendeiner anderen Dimension kommen und für uns unverständlich und gruselig sind und überall sind Tentakel und es riecht nach Fisch. Aber die damit verbundene Philosophie und die Ideen und die Konzepte werden einfach komplett ignoriert. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich dieses Vorgehen gesehen habe. Das ist beispielsweise in den Punk-Genres in Fiction sehr häufig. Für die von euch, die mit dem Begriff Punk nichts anfangen können, Punk lässt sich grob zusammenfassen als Counterkultur gegen das Establishment. Das heißt auf gut Deutsch, die vorherrschende Ordnung, die vorherrschenden Strukturen und was auch immer gerade zu greifen ist, wird in Frage gestellt. Üblicherweise in der Form von lauter Musik. Aber es gibt auch mehrere Sci-Fi-Subgenres, die sich mit Punk beschäftigen. Am bekanntesten wären da wahrscheinlich Steampunk, Cyberpunk und Dieselpunk. Diese Settings spielen normalerweise in einer alternativen Welt, in der eine bestimmte Form von Technologie, also in diesen Fällen Dampftechnik, Dieselmotoren oder halt Cybernetic-Blödsinn, sich so weit weiterentwickelt hat, dass es der Kerninhalt der Welt ist. Und der Punk-Aspekt dieser Settings kommt daher, dass man sich gegen die vorherrschenden Strukturen dieser Welt auflehnt. Theoretisch. Cyberpunk macht das beispielsweise sehr gut. Einfach weil der Hauptgegner, Kapitalismus, so hochgedreht ist in der Form von Megakompanien, dass es sehr einfach ist, die Probleme, die im System existieren, zu kritisieren, ohne dass man irgendjemanden damit angreift. Und zum anderen ist Cyberpunk sehr transhumanistisch, eben weil es einen ganzen Haufen an Bodymods und Modulen und sonstigen Dinger gibt, die man sich einpflanzen kann, um seinen Körper so zu verändern, wie man möchte. Das heißt, damit kann das Genre auch Sachen analysieren, die wir als einen grundlegenden Teil der menschlichen Identität ansehen. Was bedeutet Herkunft in einer Welt, in der es keine Länder mehr gibt, weil die Megakompanien alles beherrschen und in der Tradition und kulturelle Gedanken nur Produkte sind, die von denselben Firmen verkauft werden? Was bedeutet Geschlecht, wenn du dir deinen Körper und deine Genitalien so umbauen kannst, wie du willst? Was bedeutet Rasse, wenn wir unsere Knochenstruktur, unsere Haut und unsere DNA so ändern können, wie wir es gerade wollen? Was bedeutet Sexualität, in einer Welt, in der wir uns einen Chip ins Hirn pflanzen können, mit dem wir steuern können, was wir heute attraktiv finden? Ihr seht, Cyberpunk kann sehr tiefgehend sein und potenziell sehr politisch. Und einige Leute haben ein Problem damit. Sie sagen, dieser Punk ist uns zu politisch. Und ich würde sagen, dass das irgendwie lustig ist, wenn es nicht Steampunk gäbe. Wie kann ich Steampunk am besten beschreiben? Ja, im Grunde das. Steampunk ist ein 100% ästhetisches Genre. Weder die Zeitperiode, noch die Tropes, noch das Politische, noch sonst irgendwas ist wirklich festgelegt. Steampunk ist ein riesengroßes Kuddelmuddel von verschiedenen dampfinspirierten Technologien, die alle irgendwie in ein Setting reingeschmissen werden. Steampunk reicht von Romantik über Anime bis hin zu D&D. Und es passt immer irgendwie zusammen, weil sich hier 100%ig auf die Ästhetik und auf die Technologie fokussiert wird. Und das ganze Punk-Ding vom Steampunk ist mehr oder weniger verloren gegangen. Um genau zu sein, ist das, was wir als Steampunk bezeichnen, streng genommen eigentlich Gaslight Fantasy. Aber die Genres haben sich irgendwann vermischt, weil niemand einen halben Fick draufgegeben hat und Steampunk einfach cooler klingt. Wenn ich eine Parallele suchen müsste, würde ich sagen, es ist ein bisschen so wie die Ärzte, die die Tagesthemen einspielen. Die Ärzte sind zwar eine Punk-Band und haben auch typische Punk-Band-Anfänge, aber desto populärer diese Anti-Establishment-Band geworden ist, desto mehr wurde sie Teil des Establishments. Es ist das Simpsons-Paradox. Etwas, was als eine Kritik am Mainstream erfunden wurde, ist zum Mainstream selbst geworden, weil es mega populär war. Darum ist bei Steampunk der Punk im Grunde nicht mehr existent, weil es immer populärer und populärer wurde und Leuten diese politischen Einflüsse von Kampf gegen die Fabrikbesitzer und gegen die Bourgeoisie irgendwann unangenehm wurden und zu kompliziert. Und darum haben wir jetzt coole Dampfroboter und kannst du aufhören, immer über Politik zu reden. Und wenn Cyberpunk noch viel populärer wird, dürfte da dasselbe passieren. Der Punk-Aspekt ist einfach vom Marketing her nicht wirklich brauchbar, darum dürfte er früher oder später wegfallen. Die einzige Ausnahme, die mir hier gerade einfallen würde, wäre Dieselpunk, weil Dieselpunk in der Regel irgendwas mit dem Ersten Weltkrieg zu tun hat und da kann man das Anti-Establishment-Ding auf den Krieg projizieren. Und die Schrecken des Krieges sind, wenn wir nicht gerade aktiv in der echten Welt im Krieg sind, eigentlich immer gutes Marketing, weil man damit sehr viel Drama produzieren kann. Aber für alle anderen Punk-Sorten sehe ich das Ganze so, dass desto populärer die jeweiligen Genres werden, desto weniger politisch dürften sie werden.